Man hat das Gefühl, das ist ein bisschen ein Bewerbungsgespräch mit vielen Arbeitgebern. Die sind knallhart, die Leute. Wow! Ich hätte nicht geahnt, was ich für schlimme Sachen schon in den ersten fünf Minuten erlebe. So langsam im Publikum tauchen Tiere auf und die müssen wir jetzt retten. Looks very professional. Man sagt mir auch nach, ich wäre so ein Archetyp. Cow with the beard. Ach guck mal, ihr seid ja alle direkt da, ne? You're in the wrong boat. Ne, du bist falsch. Tiger with the beard. Dammit. Nochmal einen großen Applaus für unsere Tiere. Ich wusste fast, ich muss was überzeugt sein, wenn sie neuejobsgespräche geht. An Uhrzeit gibt es wohl eine neugischer Parade. Wir werden alle weggehen. An Uhrzeit wird er oft beim Urlaub schlären. Stefan, ich möchte nie wieder in der Süddeutschen Zeitung lesen, dass Zirkus Halligalli albern wäre. Ich bin dein Freund, ich bin dein allerbester Freund. Was muss noch passieren, damit irgendwer bezeugt, wie sehr wir leuchten, wenn wir laufen auf unserem Kiez. Woher du als Sack, du warst eigentlich mit dem Rasenmäher drüber. Ich geh zurück zu die Ausländerbehörde mit meinem veganen Husten-Bahn-Bahn. Das ist der Feueramt. Und bis wo in alle Häuser dran. Das war sehr gut, wir können nach Hause. In den Hafen, ich geh weg. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an diese großartigen Künstler.